Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Wir sind seit der letzten Folge dabei, nachdem wir bei der Raumstation waren, hier ein bisschen Materialien zu sammeln auf unserem in Anführungszeichen Heimatplaneten. Wir haben hier einiges an Materialien, die wir sammeln können und die wir verkaufen können, weil wir brauchen viel Geld. Wir brauchen insgesamt 137.500 Geld, weil wir Mikroprozessoren kaufen sollen für den Hyperantrieb. Und das heißt, wir brauchen einiges an Knete und deswegen habe ich hier ein bisschen abgebaut, beziehungsweise wir sind hier ein bisschen am abbauen und ich muss hier gerade mal den Terrainmanipulator mal ein bisschen aufladen, damit wir weiter Material abbauen können. Und ja, mal schauen, was wir in dieser Folge alles erreichen, wie viel Geld wir zusammenbekommen und dann auch mal gucken, ob es wirklich schwer ist, hier Geld zusammenzubekommen oder ob es doch einigermaßen zügig geht, wenn wir ein bisschen Materialien sammeln. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf jeden Fall und ich hoffe ihr auch. Und ja, ansonsten mal schauen, was in der Folge alles noch so passiert, weil es passieren ja hier ständig irgendwelche krassen, merkwürdigen Dinge. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Irgendwie haben wir doch wie so eine Goldader hier überall noch, oder? Ich weiß ja nicht, ist alles noch pürit? Wir graben uns hier gerade schön den Planeten ein. Ich weiß gar nicht, ob man sich da durchgraben kann und ob man irgendwann am Kern ankommt. Keine Ahnung. Silikatpulver, okay. Jo, hier unten stabilisiert sich die Temperatur. Ja, man kann sich ja eingraben. Wenn es draußen zu heiß ist, kann man sich eingraben und dann hat man hier normale Lebensbedingungen, normale Temperaturen. Ja, das ist jetzt alles nichts mehr Besonderes. Pürit, immer noch so ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so wild, dass wir das irgendwie abbauen müssen. Sagen wir, wir gucken mal, dass wir hier rauskommen. Und genau, dann haben wir es schon mal da raus geschafft. Wir müssen mal wieder unsere ganzen Systeme auffüllen. Ich musste eben gerade schon mal den, ähm, ja, Gefahrenschutz auffüllen, weil wir sind fast gestorben nach der Folge. Das ging irgendwie dann so rasend schnell. Ah, was haben wir denn hier schon? Das Sauerstoff habe ich nicht mehr so wirklich. Ich habe hier nochmal sowas. Boah, wo konnte ich denn nochmal Sauerstoff finden? Auf dem Planeten hier anscheinend nirgendwo. Okay, alles klar. Ja, ähm, ich gucke mal, dass wir so schnell wie möglich zu unserem Schiff mal zurückkommen. Ich suche das gerade mal, beziehungsweise man kann das Schiff ja auch zu sich rufen, habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht, wie gut funktioniert das. Fahrzeug rufen. Probieren wir es doch gerade einfach mal aus. Da muss ich nämlich nicht den Weg zurücklaufen. Ja, nice, das Ding ist sogar schnell. Oh, aber die Landung müssen wir noch üben. Die Landung müssen wir noch üben. Okay. Ja, aber trotzdem bin ich auf der Suche nach unserem Basiscomputer. Wie habe ich den nochmal hier markieren können oder wie konnte ich den nochmal sehen? Das ist gerade so ein bisschen die Frage. Ah, was haben wir da? Da haben wir so einen Wissensstein, den haben wir aber schon. Ein Notrufsignal haben wir da hinten noch. Da ist nochmal ein Wissensstein, da ist nochmal was. Das gibt es doch nicht. Wie finde ich denn nochmal zu unserer Basis zurück? War das nicht so? Konnte ich nicht so? Sehe ich da drinnen vielleicht? Ich bin jetzt noch nicht so oft zur Basis geflogen, beziehungsweise als wir dann die Basis aufgebaut haben, war ich glaube ich nicht großartig irgendwie unterwegs. Da ist der Frachter. Ah, da. Okay, hier sehe ich es. Gut. Wir haben das Symbol gefunden. Kurze Panik, wie finde ich der wieder zurück? Aber nee, wir haben es geschafft. Dann düsen wir gerade mal da hin. Wow, 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 wow. Ah, manchmal die Steuerung. Da zieht das Flugzeug einfach so schlagartig irgendwie in die Höhe oder nach unten. Oder es ist Katastrophe. Aber egal, ich habe es abgefangen diesmal. Ich glaube, wir sind nur an unserem Ziel vorbeigeschossen. Das müsste unter uns sein. Ja. Whee. Ja, bester Pilot aller Zeiten. So, ich hoffe, ihr werdet immer genauso seekrank wie ich, wenn ich hier durch die Gegend fliege. So, lande. Einfach landen. Jawohl, aber die Landung müssen wir echt noch üben. Es ist nicht... Das Schiff landet automatisch. Ich kann nichts dafür, wenn wir so hart aufsetzen. Gut. Gut, ich wollte jetzt erstmal gucken, bevor wir hier weiter Zeug sammeln, wie sieht es denn aus, wenn wir schon mal ein paar Sachen verkaufen. Genau, einmal dahin warpen. Wir will mal gucken, wie viel Geld wir zusammen kriegen mit den Materialien, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt nur so ein paar Rohstoffe gesammelt. Okay, die stehen da immer noch rum. Reden die jetzt vielleicht wieder mit mir? Oh, die kommen angelaufen. Ich habe Angst. Ich habe gedacht, die stehen jetzt... Oh, die kommen sogar zu mir gelaufen. Ja, ich verstehe schon mal ein bisschen was von dir, aber... Okay, er kann mir nicht mehr beibringen. Aber nett, dass er zu mir gelaufen kommt und winkt mir. Wir können ja mal zurückwinken. Gesammeltes Pluspunkte, wenn ich den winke? Ähm, wo war das? Da? Hallo? Hallo? Du da. Ähm, wir kommunizieren einfach mit Händen und Füßen. Ich finde dich top. Hast du eine Kanone für mich? Oder zwei Bier? Ich weiß es nicht. Du, cooler Dude. Oder ist es die Kotzgeste? Ah, das ist die Kotzgeste, oder wie? Ah, nein, 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 nein. Ich finde euch nicht zum Kotzen. Ich finde euch nicht zum Kotzen. Hinsetzen. Hier drüben. Vielen Dank. Das bedeutet Hilfe. Okay. Aber es ist mehr los als vorhin, oder? Oder beziehungsweise in der letzten Folge. Na gut. Ähm, wo kriege ich denn... Gesandter Museet. Wo kriege ich denn... Oder mit wem kann ich denn handeln? Wie kann ich hier genau handeln? Ist es egal, mit wem ich handeln? Okay, mit ihm auf jeden Fall nicht. Verkäufer. Reden wir doch einfach mal mit ihm. Ja, ja. Genau, er sabbert ein wenig und gut ist. Also wirklich handeln mit denen kann ich aber glaube ich noch nicht. Aber das sind doch alles die gleichen wie vorher, oder? Die können mir auch nichts beibringen. Wir müssen hier irgendwo eine Missionstafel auch haben. Die müssen wir dann auch mal suchen. Genau, wenn man hier Missionen halt annehmen kann, wäre ganz gut, wenn man das wissen würde. Ja, du plupperst auch nur Zeug, aber verkaufst mir nichts oder so. Kauft man irgendwas? Hm. Ne. Vielleicht müssen wir warten, was irgendein Raumschiff wieder hier steht. Und es stehen ja mehrere gerade da. Vielleicht können wir den Leuten wieder irgendwie handeln. Aber... Wobei, da steht jemand. Hallo! Sekretär irgendwas, kannst du handeln? Einen Handel anbieten. Verkaufen. Verdichteter Kohlenstoff, würden wir ein bisschen was kriegen. Navigationsdaten, Nachfrage ist nicht so dolle. Die Wasserstoff. Die Wasserstoff könnten wir eigentlich viel sammeln und viel verkaufen. Das wäre nicht so das Thema. Kohlenstoff haben wir verdammt viel gesammelt. Könnten wir für 19.934 verkaufen. Boah, ich habe fast das Gefühl, dass das wirklich doch schwer wird. Eiweißperle können wir für 61.000 verkaufen. Nachfrage ist zwar nicht so gut gerade, aber damit hätten wir das Geld schnell zusammen. Bin ich fast dafür, komm, verkaufen wir. Ich weiß eh noch nicht, was ich damit anfangen soll. Wahrscheinlich voll das wertvolle Zeug. Also vom Preis her ja, was wir wahrscheinlich irgendwann mal suchen werden. Aber so kriegen wir das Geld wenigstens einigermaßen schnell zusammen. Magnetisiertes Ferit. Was kriegen wir dafür? 11.000. Geborgene Daten kriegen wir 214.000 für. Boah. Nice. Also, Geld kein Problem. Was kriegen wir dann für die CE-Flüssigkeit? 4.000 irgendwas. Nachfrage ist recht hoch. Aber 4.000 ist halt echt nicht viel. Pyrite haben wir gerade abgebaut. Für 19.000 könnte man alles verkaufen. Tragbare Raffinerie könnte man für 10.000 verkaufen. Alles klar. Silikatpulver. Das ist ja das, wenn man den Boden abbaut bei unserem Planeten, kriegst du das Zeug zusammen. Das haben wir jetzt einfach mal verkauft. Sind wir bei 91.000. Natrium könnte man verkaufen. Oh nee, das würde ich selber behalten. Geode. Kriegen wir 3.218. Ja, weg damit. Salz. Was kriegen wir dafür? 1.630. Lebender Schleim. Okay. Produktivmunition. Kohlenstoff könnte man halt für eine gute Summe verkaufen. Habe ich viel gesammelt. Aber andererseits. Ah nee, würde ich eigentlich jetzt nicht so wirklich loswerden. Vorausset das Metall. Das würde ich gerne verkaufen. Lebender Schleim. Ja, weiß ich auch nicht genau, wofür wir das benutzen können. Sind wir schon bei 107.000. Die Wasserstoffgelee. Weiß ich nicht. Scheint nicht so krass zu sein. Kohlenstoff hätten wir da oben wieder sein als das. Magnetisiertes Ferit. Könnten wir sehr schnell wieder herstellen. Das wäre auch nicht so das Problem. Würden wir 11.500 für kriegen. Haben wir mal verkauft. Komm, wir verkaufen das Ferit auch. Sind wir bei. Wie viel haben wir jetzt? 137.000. Nice. Fehlt aber immer noch ein bisschen. Stimmt, wir brauchen ja 137.500. Ja, hallo. Handelfreund. Ich bin dein Handelfreund. Metallplatten. Nein, ich will da verkaufen. So. Ich habe noch hier eine färostetes Metall im Schiff drin. Im Raumschiff. Weg damit. Exoanzug. Genau, was haben wir jetzt da noch Schönes? Beziehungsweise wir haben 139.000 Geld. Müsste passen. Wir sollen jetzt Mikroprozessoren kaufen. Können wir den Hyperantrieb bauen? Ich würde mir aber eigentlich lieber Waffen kaufen. Aber egal. Reisemeilenstein erreicht. Das ist nur die Frage, bei wem konnte ich die kaufen? Weltraumtrucker. Und nächste Errungenschaft. Händler. 107.000 Units verdient. Jawohl. Wir warten jetzt gerade mal ganz kurz, bis das alles durchgeklackert ist. Wobei, da kommt nichts mehr. Sehr schön. Technologie Kaufmann. Exo-Fahrzeug-Upgrades. Okay. Upgrade-Module kaufen. Nein. Das müsste ja dann theoretisch hier sein, der Hyperantrieb. Ah ne, das sind ja nur die Dinger. Ah gut, ich muss ja zu einem anderen Händler. Ah stimmt, die haben ja so viele verschiedene Händler. Kann ich eigentlich bei dir jetzt mittlerweile Waffen kaufen? Wahrscheinlich sind wir immer noch nicht an dem Punkt angekommen bei dem Spiel, dass man hier irgendwie Waffen kaufen kann und so weiter. Beziehungsweise bestimmt kann man schon welche kaufen, aber... Achso, das waren ja auch nur die Dinger. Entschuldigung, ich muss ja hier hin. Waffenterminal. Da haben wir noch gar nicht geschaut. Was kostet denn so eine Waffe? Schadenspotenzial, Scanner-Reichweite. Blitzwerfer. Das ist ja das Zeug, was wir jetzt aktuell haben. Waffenaufsatz für das Multi-Werkzeug. Irgendwas. Das haben wir anscheinend noch gar nicht, oder? Ich wüsste jetzt nicht, dass ich da... Multi-Werkzeug kann ich da durchschalten, aber nur zwischen Boden abbauen und Mineralien abbauen, aber noch nicht auf Waffenmodus. Oder? Du bist ja derjenige, der nicht mit mir reden möchte, der Schrotthändler. Auf einmal redet er doch mit mir. Große Schiffe erleiden seltsame Schicksale, mein Freund. Doch ihre Fracht ist äußerst wertvoll. Jede Menge Profit zu holen für die Tapferen. Was? Okay. Der Gag erwartet meine Entscheidung. Das hat mir jetzt nicht ganz so viel gebracht. Wir hatten die auf jeden Fall schon irgendwo gesehen, aber er fragt mich nicht mehr, wo. Muss dann da drüben gewesen sein. Das ist der Kartograf. Ich finde die Sachen nicht, wo ich die Mikroprozessoren kaufen konnte. Diese Missionstafel haben wir auch nicht entdeckt. Bist du eine Missionstafel? Nein. Das gibt es doch nicht. Muss ich nochmal mit allen quatschen, bis ich dann irgendwo jetzt wieder dann die Stelle finde für die Mikroprozessoren. Das ist natürlich doof. Spezifische Karten tauschen. Um Hilfe bitten. Um Hilfe bitten. Hm. Oh Mann. Ich glaube, ich pausere mal ganz kurz und frage hier nochmal mit allen. Was ist das? Das ist es wahrscheinlich. Ja. Aber wir waren doch... Wir waren doch in der letzten Folge auch irgendwo, wo das auch angeboten wurde. Und es war nicht dieses Ding hier, oder? Bin ich jetzt falsch? Aber hier sollen wir auf jeden Fall die Teile kaufen. Fünf Stück sollten wir kaufen. Okay. Dann kaufen wir fünf Mikroprozessoren. Für 137.500. Das passt. Haben wir so mitgemacht. Was kann man denn noch da alles kaufen? Kann man da auch spezielles Zeichner kaufen? Schlüsselte Benutzerdaten. Sternseide. Kometentröpfchen. Ionkugel. Feritstaub. Okay. Das kriegen wir selber sehr schnell her. Magnogold. Okay. Sammle Kupfer. Das heißt, wir müssen wieder zurück Kupfer sammeln. Gehen wir gerade mal auch zu meiner Basis. Den lebensfeindlichen Planeten, aber eigentlich so von den Rohstoffen ganz cool. Aber warum falle ich bei allen Spielen immer durch den Boden? Ich verstehe es nicht. Äh, ja. Ich hätte halt hier auch gerne mal irgendwie so ein bisschen sauerstoffmäßig eine Pflanze oder so. Das würde ich ganz nice finden. Ich will eigentlich, komm, wir reisen mal ein bisschen. Ich meine, klar, wir könnten hier Kupfer finden und so weiter, aber ich will jetzt hier nicht auf dem Planeten rumrennen und dann irgendwie ersticken oder so. Ich kann auch mit anderen Sachen das auffüllen, aber gut. Nicht genug Treibstoff für Startdüse. Was brauchen wir da nochmal? Stimmt, den Raumschiff-Start-Streibstoff. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so viel, was man hier einmal bedenken muss, wo man dran denken muss. Genau, Metallplatten brauchen wir da. Einmal Metallplatte konnten wir herstellen mit Ferit-Staub. Ferit-Staub haben wir gar nicht mehr. Ach ja. Stopps, falscher Modus. Ferit-Staub sammeln wir mal ein bisschen auf. Fondierwasserstoff, hier die ganzen kleinen Steinchen. Uns geht es halt echt schlecht, wenn ich das gerade mal so sagen darf. Also wir haben hier Lebenserhaltung. Klar, ich könnte es noch nehmen, aber ich bräuchte Dioxid. Wie konnte ich das nochmal herstellen? Oder kann ich das überhaupt herstellen? Muss ich dann nochmal gucken. Wahrscheinlich mit dem blauen Zeus hier. Oder so, keine Ahnung. Hier, Lebenserhaltungssysteme werden knapp. Oh, was haben wir denn da? Habe ich da schon nachgeguckt? Ja, habe ich. Oder? Ja, muss ich da schon nachgeguckt haben, weil das andere Zeug ist offen. Gut, ich würde jetzt gerade dann mal hier schauen, dass wir die tragbare Raffinerie vielleicht mal hinstellen. Ich will nochmal gucken, was können wir denn mit der alles herstellen? Die Wasserstoff. Was kriege ich da raus, wenn ich die Wasserstoff da reinmache? Da, die Wasserstoffgelee. Okay, okay. Kohlenstoff kriegen wir so Kohlenstoff raus. Okay. Ich glaube, wir müssen weg von dem Planeten, weil ich finde nichts irgendwie, beziehungsweise ich weiß gerade nicht, wie ich das andere Zeug herstellen kann. Dann müssen wir, genau, Metallplatten herstellen, Treibstoff herstellen. Gut, dann können wir auf jeden Fall mit dem Schiff abheben. Wie kriege ich das andere Zeug zusammen? Das war konstruktionsmäßig. Äh, d-d-d-d-d-d-d-d, was wollte ich machen? Ich wollte Dingens gucken, nochmal Lebenserhaltung. Moment, da gehen wir gerade nochmal hier auf den Exo-Anzug. Lebenserhaltungssysteme. Sauerstoff. Oder Dioxid, ja. Kann ich das nicht auch so markieren? Nee. Äh, gerade nochmal durchlesen. Fühltetechnik. Mithilfe des Materialausbereitens des Exo-Anzugs wird Sauerstoff direkt aus den eigenen planetaren Flora bezogen. Andere pflanzen können mithilfe... Hm. Lebenserhaltungstreibstoff für Notfälle. Ja. Dieses Geh wird aus Raketentreibstoffkristallen... Ist das das da? Nee, das Raumschiff. Oh Gott. Die können wir eigentlich gerade mal aufmachen, die Geode, wenn ich die schon sehe. Oder Kohlenstoff synthetisiert und verstärkt vorübergehend die Lebenserhaltungssysteme. Die Langzeitauswirkungen auf den Lungen des Benutzers sind noch unklar. Wunderbar. Das ist halt echt schwer. Gut. Vielleicht finden wir irgendeinen Planeten, der ein bisschen lebensfreundlicher ist. Achso. Ja, nicht genug Treibstoff. Klar ist nicht genug Treibstoff da. Ich habe ja schon gerade erst hergestellt. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wir finden hier irgendwie nur die gleichen Sachen die ganze Zeit. Kohlenstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff. Man kann ja auch irgendwie auf so Meteoriten oder so Zeug sammeln. Kann man die irgendwie auch abscannen und gucken, was man da findet oder so? Ich meine, lebenserwartungsmäßig wäre das auch nicht so geil. Tritiumreicher Asteroid. Okay. Das wäre natürlich gut, um Geld zu verdienen. Aber ich bin auf der Suche nach einem anderen Planeten, wo man vielleicht eine Basis aufbauen könnte oder so. Das wäre mir irgendwie alles lieber. Da haben wir halt nur das Notrufsignal. Das ist der Planet, auf dem wir gestartet sind. Hatten wir da Pflanzen mit Sauerstoff oder so? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie wir weitermachen wollen. Andere Planeten suchen, erstmal dieses komische Gel da benutzen oder nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Ankunft drei Tage. Ja, moin. Auf dem Planeten reisen, schnell Kupfersuchen, Hyperantrieb installieren. Hoffen, dass wir dann irgendwo weitergeführt werden, wo wir andere Sachen finden. Ach Leute. Komm, wir reisen nochmal zurück. Wir reisen nochmal zurück. Das bringt auch nichts. Wenn ich jetzt hier meinen Spritverballer reise zu einem anderen Planeten, der ist genauso kacke, dann habe ich wieder die gleiche Situation. Das ist alles ein bisschen doof. Komm, wir gehen hier zurück. Wir gucken nach Kupfer. Ich kann mich nicht entscheiden. Der Planet ist halt einfach kacke. Der ist halt zum Starten einfach kacke gewesen. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das? Das ist gar nicht so weit weg von unserer Basis. Hier fliegen kleine Drohnen rum. Ja, hallo? Kann ich mit denen reden oder irgendwas anfangen? Wahrscheinlich nicht. Wo sind wir hier? Ist das gefährlich? Sind das Feinde? Ich lande erstmal schön da. Okay. Kann ich da rein? Verstärkte Tür müsste man aufschießen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind nicht so ganz freundlich gesinnt, aber bis jetzt. Alles gut. Ja, wir gucken gerade mal Exo-Anzug. Füllen wir uns erstmal damit auf. Müssen wir gucken. Vielleicht können wir uns auch auf der Raumstation irgendwie Zeugs kaufen. Oh, oh. Wächter. Ich wollte Sachen abbauen. Wächter sind roboterhafte Entitäten, die die meisten Welten beschützen. Wenn du vor den Augen von wächteren Ressourcen abbaust, werden sie feindselig. Oh. Wächter können sich dir nähern und kürzlich abgebaute Ressourcen oder dich scannen. Während du beobachtet wirst, solltest du weder abbauen noch friedliche Kreaturen angreifen. Auf einigen Welten findest du extrem feindselige Wächter. Diese Drohnen greifen bei Sichtkontakt sofort an. Achte auf die Planeteninformationen im Analysevisier, um mehr über den Wächterstatus zu erfahren. Die Sicherheitsstufe oben rechts im Hut zeigt dir den aktuellen Wächterstatus an. Sie wird sich erhöhen, wenn du gegen Wächter kämpfst. Schalte die Wächterthrohnen schnell aus, wenn sie dich angreifen oder zu vermeiden, dass noch stärkere Wächter erscheinen. Zerstöre Wächterthrohnen. Sie sind eine gute Quelle für exotische Materialien. Ich hab nix gemacht. Alles gut. Ich hab das nicht gewusst. Oh, ich will das abbauen. Was haben wir da hinten? Pyridansammlung? Ja, damit könnte ich auf jeden Fall wieder... Wow. Was war das? Damit könnte ich auf jeden Fall wieder ein bisschen zu Geld kommen. Ja gut. Schön, dass die Wächter bei kleinsten Materialabbau-Sachen schon irgendwie so ein bisschen aggressiv werden. Das ist natürlich super. Au. Da oben ist wieder ein kleines Schiff gelandet. So, wo hatten wir denn jetzt die ganzen Materialien gesehen? Das war da drüben anscheinend. Genau. Sammeln wir hier grad so ein bisschen an Materialien. Können wir vielleicht auf der Raumstation das wieder verkaufen und dann, ähm, ja. Mit dem Geld vielleicht ein bisschen lebenserhaltende Systemsachen kaufen und was weiß ich. Muss mal gucken, ob da irgendwie die Möglichkeit besteht. Und ja, Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Wo finden wir denn Kupfer? Also es muss auf jeden Fall Kupfer hier geben auf dem Planeten. Da hinten zum Beispiel. Da wäre Kupfer. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Es ist natürlich schön, dass mein Raumschiff jetzt da bei dem Kupferzeug rumfliegt. Äh, bei dem Kupferzeug, bei den Drohnen rumfliegt, meine ich natürlich. Wir kramen uns grad einfach mal durch, so. Wollen wir nicht hochfliegen. Oh. Ist da noch so ein Wissenstein? Waren wir da schon dran anscheinend, oder? Nö. Erzähl mir was. Du hast das Gagwort für du gelernt. Alles klar. Was ist das denn da unten? Wo bin ich? Unterirdisches Relikt? Wirbelwürfel? Kobalt kriegen wir hier? Das sind unentdeckte Sachen. Ich kann es aber nicht scannen. Kürbisknolle? Ja, okay. Nehmen wir mit, oder? Was man hat, hat man. Solange mich hier nichts angreift. Man weiß ja nicht so genau. Kobalt. Oh. Auch leer. Ja, irgendwie die ganzen Ressourcen sind bei uns ein bisschen schwierig hier. Kohlenstoff haben wir noch genug. Das ist nicht so das Problem, aber alles andere. Ich wollte jetzt hier die Dinger nochmal mitnehmen. Vielleicht, ich weiß nicht. Kann man die gut verkaufen, oder? Bist du denn? Oh, gefährlich. Nicht gut. So, wo haben wir jetzt das Kupferzeugs markiert? Da hinten. 250 Kupfer brauchen wir. Aber hier auf dem Planeten, du findest halt echt keine Sauerstoffpflanze oder sowas in der Art. Richtig mies. Was ist das da drüben? Salz. Natrium finden wir. Da drüben wir auch nochmal Natrium. Kohlenstoff haben wir hier wirklich genügend. Das leuchtet da hinten so. Da müssen wir auch mal gucken. Das sieht auch interessant aus. So, Kupfer sammeln. Das ist aber nicht so ein großes Vorkommen, glaube ich. Das sieht ein bisschen schwierig aus. Das war's schon. Ja, das war schon alles. Wir haben jetzt 120 Kupfer. Unbekanntes Gebäude. Ja, da gehen wir mal hin. Das sieht nämlich richtig cool aus. Wissenstein, den hatten wir schon. Da waren nochmal verkrabene Technologie-Sachen. Kupferansammlung. Ah, das ist die... Ja, gut, da waren wir gerade. Das ist natürlich lustig, dass die gerade noch angezeigt wird. Obwohl wir da eigentlich schon waren. Okay, da hinten wäre nochmal Kupfer. Da wäre Pürit. Dann werden wir dann gleich wohl mal da hingehen. Aber ich wollte jetzt erstmal bei dem komischen Gebäude gucken. Oh, oh. Au, das hat wehgetan. Da ist der Schubdüse einfach die Power ausgegangen. So, das Gebäude da hinten sieht sehr interessant aus. Deswegen gehen wir da gerade mal gucken. Ich habe gehofft, dass da irgendwie jetzt eine gescheite Pflanze mal wächst, wo man Sauerstoff kriegen könnte. Aber nö. Ich denke mal, man kann sich bestimmt noch was zusammenbauen. Aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wie das war. Wir können ja hier auch von mir aus mal in der Hilfe gucken. Irgendwo. Wir hatten doch auch normalerweise eine Hilfe irgendwo. Entdeckung. Katalog, Anleitung. Gesammeltes Wissen, Wunder, Rezepte. Ja, kann man da irgendwie... Wir haben noch kein Rezept, glaube ich, dafür. Um Sauerstoff oder so herzustellen. Materialien und Gegenstände. Rohstoffkernen, Treibstoffe, Hilfsstoffe. Blubb. Hm. Naja, egal. Wir werden schon irgendwie überleben. Oh, was haben wir denn da? Ach, das ist auch so ein... anderes Teil. Was ist da hinten? Was bist du denn? Aloefleisch. Okay, die Pflanze haben wir noch nicht gesehen. Die ist neu. Ja, was bist du jetzt genau hier? Oha. Uhl. Loser. Orientierungspunkt. Gagtafel. Ich zucke, als ich nach der wunderschönen Steinmarkierung greife. Mein Verstand füllt sich mit dem tödlichen Wissen der wahren Geschichte der Gag. Wir sind die Herren der Galaxien. Die Herrscher des Kosmos. Jeder Feind wird sich dem allmächtigen Gag-Großreich auf Knien unterwerfen. Wir sind die erstgebrüteten Schau auf unsere Werke und verzweifle. Ja, um Hilfe bei der Sprache bitten. Das ist das Gag-Wort für... Boah. Erschreck mich nicht immer, du Riesenviech. Kann ich noch irgendwas hier machen? Mann, ich hab gehofft, wir können... Na, Mann, ein bisschen mehr noch erlernen. Aber immer nur eine Sache lieber lernen dürfen. Schade. Ah, Sauerstoff. Da hinten auch, hab ich gar nicht gesehen. Jetzt sieh's. Sauerstoffpflanzen. Na, endlich. Na, geht doch. Problem gelöst. Jawohl. Wo hatten wir noch eine? Hier drüben war noch eine. Ja, geht doch. Wisst ihr, was ich immer so ein bisschen blöd finde? Man kriegt das angezeigt, dass man dann irgendwo in der Nähe ist und dann sind die Hilfen wieder weg. Da unten ist die. Okay. Also da ist manchmal die Hilfe auf jeden Fall weg. Sag mal, wo muss ich denn da hin? Ist das irgendwo unterirdisch in der Höhle drin? Sieht ganz danach aus. Da komm ich hier nicht durch, oder was? Das gibt's doch nicht. Okay. So geht's. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie weit wir runter müssen. Hallo? Ich bin wieder da. Worum ich bin? Hilfe. Ja, hier unten ist eine sauerstoffreiche Pflanze. Ja, geil. Eine. Ich wollte eigentlich ohne Waffe noch gar nicht in so komische Höhlen rein, aber... Gut, wenn man schon mal da ist. Faserit. Was ist das? Anorganisches Objekt. Anmerkung, ausstoßend. Metallanteil 67%. Kobalt und die Wasserstoff enthält das Zeug. Gut zu wissen. Gehen wir einfach mal ein bisschen mit. So, eigentlich sind wir ja auf der Suche nach... Kupfer immer noch. Beziehungsweise ich hatte mir ja einen Punkt markiert. Irgendwo. Oder auch nicht. Ey, man sollte nicht auf die... Das Kompass oben achten, während man hier durch die Gegend rennt. Oh, da haben wir noch diese anderen komischen Dinger. Wofür die auch immer sind, ich weiß es nicht. Aber die scheinen irgendwas Besonderes zu sein. Oh, das sind noch mehr von den Teilen. Ich denke mal, die kann man wahrscheinlich sehr gut verticken. Inventarvoll. Das ist natürlich krass. Oh, frische Luft. Bei frischen Luft ist hier ein bisschen schwierig. Oh, da ist auch noch Sauerstoff. Habe ich das vorhin alles übersehen? Oder... Was ist das eigentlich für ein grünes Zeugs? Ich finde es aber cool, dass man das Raumschiff einfach rufen kann. Ich hoffe nur, dass... Auch wenn... Auch, dass es auch kommt, wenn man nicht genug Sprit hat. Das wäre sonst echt blöd. Okay, Sauerstoff können wir noch aufnehmen. Gucken wir uns gleich mal die grüne Pflanze an. Die würde mich mal interessieren. So, wo war jetzt? Da. Das sieht aber alles... Wow, auch so lebensfeindlich hier aus. Unglaublich. Und da haben wir unsere erste Basis hingestellt. Was seid ihr denn? Kaktusfleisch. Da habe ich das Gefühl, die Pflanzen mögen es nicht, dass wir hier sind. Inventarvoll. Was können wir denn wegschmeißen? Ist alles blöd, wenn wir es wegschmeißen. Hier, die Mikroprozessoren. Weg damit. Nein, Quatsch. So, also wir haben wieder ein bisschen Sauerstoff. Ist aber trotzdem nicht ganz so viel. So, wo hatte ich denn jetzt das Kupfer eigentlich markiert? Das war da hinten. Ich laufe natürlich die entgegengesetzte Richtung. Ich würde einfach das Flugzeug mal rufen. Hoffe, das kommt. Beziehungsweise unser Raumschiff. Wenn es doch so auch automatisch fliegen kann. Warum fliegt es nicht automatisch, wenn ich drinnen bin? Und ich sage einfach nur, fahr mich da hin. Oder bring mich da hin. Flieb mich da hin. Leider funktioniert das nicht. Aber einerseits ist man froh, dass man selber fliegen kann. Und andererseits, die Steuerung ist halt echt schwierig. So, da hinten habe ich Kupfer markiert. Da unten bei dieser komischen Säule waren wir. Wow. Da war es schon. Oh Gott, ich mache wieder. Ich will hier wieder meine Battlefield-Moves hinlegen. Mit Salto und abbremsen und landen. Und dann, ja, bist schon längst übers Ziel geschossen. Weil du die Steuerung nicht hinkriegst. Weil die Steuerung da nicht so funktioniert. Ich glaube, hier unter uns ist die markierte Stelle. Wir gucken einfach mal nach. Jawohl. Kann ja immer und überall landen. Ob man gut dasteht oder nicht. Was ist denn das Schönes? Will ich haben? Können wir aber leider noch nicht abbauen. Da müssen wir auch mal gucken, wie wir unsere Maschine upgraden können. So ist es jetzt hier in der Stelle oder hier gewesen an der Stelle oder nicht? Ich glaube, ich habe vorhin ganz viel Sauerstoff einfach übersehen, weil ich gedacht habe, rotes Symbol ist für das C. Dabei ist hier auch überall Sauerstoff. Peinlich, peinlich. Ist da vorne das Kupfer vorkommen? Ich hoffe doch mal. Wir werden es gleich sehen. Was haben wir hier? Das ist nicht die Stelle, wo ich hin wollte. Kupfer ist dort. Das ist jetzt nur das Silikat oder was? Silikatpulver. Ich bin gerade einfach verwirrt, weil eigentlich... Da ist Kupfer. Hier soll Kupfer sein. Hier ist aber kein Kupfer. Muss ich weiter runterkramen oder... Wo ist das Kupfer? Warum ist hier kein Kupfer? Bin ich aber sonst hierher geflogen? Na gut, ich... Ja. Fliegen wir zu einer anderen Kupferansammlung. Wo vielleicht mehr hervorkommen. Kann sein, dass da noch Kupfer kommt, wenn ich mich da kilometerweit in den Boden reinbuddel. Aber... Ich will jetzt nicht die ganze Zeit rum... Stehen. Was ist das da hinten? Das sieht auch interessant aus, aber gut. Der sieht überall interessant aus, wenn man mal ehrlich ist. Auch wenn es ein doofer Planet ist, du findest trotzdem die ganze Zeit irgendwas, wo du angucken kannst, wo du entdecken kannst. Erforschen kannst. Da ist Kupfer. Hier ist kein Platz zum Landen. Gut. Ich hoffe... Dass wir dich ganz so extrem schräg dastehen jetzt. Aber... Ich glaube schon. Aber egal. Passt. Passt schon. Gut. Ich würde mal gerne in den Fotomodus gehen und mal ein Bild machen von unserem Raumschiff, wie wir hier schön schräg geparkt haben. Ja, schöne Parkposition. Okay. Haben wir auch ein Foto? Bauen wir jetzt erstmal das Kupfer ab. Ich hoffe, dass... Das Kupfervorkommen hier ausreicht. Oh. Feritstaub brauchen wir dafür. Wir müssen vielleicht immer wieder Feritstaub einfach so sammeln. Weil damit können wir halt sehr viel anstellen und... Kaufen wir irgendwie doof. Boah. Er schreckt mich nicht jedes Mal so. Jedes Mal kommt Gunther hier um die Ecke gesprungen. Ich zuck zusammen. Ich kann mich halt nicht wehren. Ich müsste erst mal in mein Raumschiff reinsteigen und dann könnte ich damit losschießen. Außer man kann sich mit dem normalen Modus von diesem Gerät hier vielleicht wehren. Weil das ist ja theoretisch auch ein Laser. Das ist irgendwie so aus, als wäre da noch so ein kleines bisschen was. Deswegen halten wir nochmal drauf. So, so. Hinten könnte noch ein Stückchen sein. Unten vielleicht. Joa. Gut. Chromatisches Metall raffinieren. Wir haben ja hier unsere Raffinerie dabei. Oder auch nicht. Ne, die haben wir nicht dabei. Die habe ich bei der Basis stehen. Okay. Dann fliegen wir doch gerade mal zur Basis schnell zurück. Ja. Soviel zum Thema. Ich glaube, so finde ich die immer nie. Ich stecke mal ein und wir fliegen da hin. Äh. Da, 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 da. Gleich mal reinhüpfen. Ja, aber man braucht, glaube ich, unglaublich lange, um hier in das Spiel so richtig reinzukommen, wie alles genau funktioniert. Weil du hast so viele Möglichkeiten einfach. Was zur Hölle? Was ist das denn? Ist das so schlau, da drüber zu fliegen? Das sieht mir aus wie so ein Handelsposten auf dem Planeten. Wenn da Händler landen und so weiter. Wie krass, die sind auch da gelandet. Ich wollte hier eigentlich gar nicht hin, aber jetzt bin ich hier. Boah, ich glaube, wir machen da in der nächsten Folge weiter. Die Folge geht schon wieder 40 Minuten oder 45 Minuten. Oder 46 sogar. Ich sehe es nicht richtig. Ja, was es doch alles zu entdecken gibt auf dem Planeten. Auch wenn es ein Kackplanet ist. Ah, der ist einfach irgendwie cool. Ja. Raumschiff rufen. Brauchen wir nicht machen. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Reden mit den ganzen Gagstar oder Keks oder wie auch immer die hießen. Und dann gucken wir mal weiter, dass wir vielleicht die Sprache weiter lernen. Und dann machen wir mal weiter mit unserer Mission, dass wir den Hyperantrieb installieren. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung. Da vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Wäre eine mega nette Sache. Würde dir natürlich auch Vorteile bringen. Und dem Kanal halt auch weiterhelfen. Falls ihr selber Bock habt, dieses Spiel zu spielen. Und es euch kaufen wollt. Dann schaut mal in die Videobeschreibung rein. Dort ist ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Ihr könnt euch günstig und ganz legal dieses Spiel kaufen. Und gleichzeitig auch den Kanal unterstützen. Genau, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommi. Tschüss.